Seid her sehr viel grüßt zurück zu SAP Nautica. Ich habe die fehlenden Sachen, die wir jetzt noch brauchten, zusammen. Aber vorher werde ich hier mal ein bisschen was trinken. Und mal ein bisschen was hier wegpacken. Ich glaube Kupfer... Mit Kupfer brauche ich hier, glaube ich, ne? Äh, was, 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 was fehlte uns denn jetzt noch? Wir hatten den Kabelsatz. Wir hatten den Kabelsatz, wir hatten... Die Titan-Bahn haben wir, die 5-K-Besetzer haben wir auch. Wir brauchen noch zweimal Glas. Dreimal Blei haben wir. Wie... Nur das Glas, ne? Normales Glas, ja. Normales Glas müsste ich eigentlich auch haben. Äh, ja. Genau. Wir schnappen mal alles, was wir brauchen, hier rein. Äh, im Prinzip ist es bloß ein Austausch. Äh, warte mal, was... Das können wir auch erst mal reintun, das auch. Dann können wir die beiden hier Sachen reinholen. Okay. Okay, okay. Lass mich mal kurz gucken. Okay, jetzt fehlt uns bloß noch der erweiterte Kabelsatz. Für den erweiterten Kabelsatz brauchen wir Gold und Computerchip. Ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, zu wenig gesammelt, ne? Ich habe zu wenig gesammelt, wir brauchen ja 5 Mal. Leute, jetzt reicht's aber, ey. Buggles. Jetzt mache ich's mir einfacher. Ich habe jetzt keinen Bock, vier Stunden lang da rumzusuchen. Und zwar... Item... Gold... 4 Mal. Ich habe jetzt keinen Bock, da ewig lange wieder rumzusuchen. Okay. Jetzt haben wir alles. Wo ist unser Ding da? Fahrzeuge? Siebern. Juhi! Kannst du wirklich... Du kannst auch immer von oben rein, ne? Alter, wie geil ist das denn? Jetzt haben wir eine Sehbahn. Das ist im Prinzip wie die Motte. Ich würde ja gerne wissen, was jetzt da hinten ist, ne? Wisst ihr was? Wir speichern einfach mal. Auf jeden Fall, dass wir irgendwie angegriffen werden können, wir wissen es nicht, spücheln. Aua! Laden! Aber das Beste ist auf jeden Fall, wir sind schneller unterwegs. Was habe ich denn gerammt? Oh Loll, das musste erst mal ein Laden oder was? So, verhungern, ja. Gut, bevor wir verhungern. Na, wir wollen ja nicht verhungern. Das wäre ja tödlich für uns. Au! Moment, haben wir das Reparaturwerkzeug? Ich glaube nämlich nicht. Ich werde es hier nicht sonst wo hinschwimmen. Ach so. Okay, gehen wir mal den da. Geben wir irgendwelche Tiere. Irgendwelche Tiere. Egal was. Ich habe es noch nicht. Jetzt wird es auch noch nacht. Eigentlich gar nicht gut, dass es nachtwetter. Es gibt ja durchaus noch ein paar interessante Orte, die man hier kunden könnte. Weil wir sollten auf jeden Fall diesen Teil da unten erkunden. Okay, wartet mal. Nochmal speichern. Für alle Fälle. Weil ein Reparaturwerkzeug haben wir noch gar nicht, ne? Und vor allem weiß ich auch nicht, was da auf uns wartet. Wenn ich hier irgendwo ein Monster warte, dann haben wir ziemlich großes Pech gehabt. Ey cool, auf jeden Fall haben wir hier einen Ort mit Schlingpflanzen. Auf jeden Fall muss ich weiter in diese Richtung. Au. Au. Es ist schon gruselig hier in der Nacht. Seeaffen. Vor allem ich bin aus Exxon in der Mitte entfernt. Leute, ich hätte ja lieber, dass es Tag wird, ne? Was erwartet uns denn jetzt hier? Scheint auf jeden Fall bloß eine Hülle zu sein. Aber ich sag mal so, solange die Energie reicht, ne? Das ist ja alles in Ordnung. Ich glaube, diesen Teil habe ich schon mal in einem Video gesehen. Okay. Ich glaube von hier an muss ich zu Fuß weiter. Du siehst hier nichts. Na ja, wer in den Hühner? Guck mal. Na ja, wer in den Hühner? Okay, ich glaube ich hole erstmal wieder Luft. Hallo, lass mich da mal bitte rein. Ich weiß nicht ob ich mit dir hier durchkomme. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Ich bin so verworren hier. Aua. Wie muss da hinten irgendwie hin? Irgendwo da. Will mich das Signal eigentlich veralteln? Ich glaube ja. Aber da oben ging es irgendwie hoch ne? Aber es kann ja auch sein, dass hier einfach bloß der Eingang ist. Weil wir jetzt quasi den Ort finden müssen. Hey guck mal. Um. Okay. Tönen los. Okay. I want to know. Und er oughtn потр封 policieren oder her. oh lol wir haben definitiv eine base gefunden das war also der der eingang hier verstehe aber ich hatte ja mal geguckt wo wir diesen snowfox herkriegen und die blaupausen dafür kriegt man hierher zumindest habe ich das auf den bildern gesehen okay ich glaube den sollten muss selten nicht nähern wenn definitiv erst mal hier hoch hober bei fahrt man guck mal eins von drei stimmt die viecher wurden ja dazu gefügt noch mehr snowfox fragmente kriegen irgendwo müssten ja welche sein beziehungsweise sie sollten hier rum schwirren also ich will definitiv erst mal gerne noch mal mich umschauen oder vielleicht wenn ich auch welche drin weiß es ja nicht zumindestens haben wir ein fragment wir wissen dass es hier ist beziehungsweise hier sein muss und wir haben eine base entdeckt batterien nehmen wir gerne mit können wir gebrauchen schneefuchs schweberampe ok was ist denn hier alles passiert lol die ist einfach nur da zur deko geile die sind auch bloß zur deko da ne danke der sägelte voraus ausschneiden zum betreten natürlich ich habe doch kein schneider jetzt dabei ok ich kann jetzt mal weiter nichts machen so wie es aussieht ich würde gerne noch mal da hoch gucken ich denke dass ich hier irgendwann mal was machen kann ich habe jetzt auch nichts hier womit ich warte mal leiter 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 kann ich eine leiter herstellen was brauche ich für eine leiter zweimal titan habe ich jetzt aber nicht sonst hätte ich mal versuchen könnte eine leiter hinzusetzen ich kann jetzt also wirklich nichts machen nur weil ich hier echt kein titan habe wirklich ich müsste mich veralbern ok da oben könnte ich hin das ding ist fest toll das muss man mal schauen dass wir irgendwo noch ein bisschen titan finden wo geht es denn hier lang wo geht es denn hier lang beratot wird so glaube ich cool aber blöds scheiß drecks ich habe jetzt aber auch keinen bock dirett drauf zu gehen bisschen ich gehe weiter heute ich will auf jeden fall nach oben weiter aber solange das Viech da rumschwirrt kann ich nicht wirklich was machen ich glaube es ist hier einfach lang irgendwann muss er denn die mich hier bis aufhören und sich kommen naja genau einmal zittern haben wir schon muss denn jetzt der scheiß Nebel sein? und mich sehe doch nicht zum Nebel ich sehe doch nicht zum Nebel Oberbeweich verwendet Perfekt Perfekt Es wird richtig scheiße dunkel Okay, im Prinzip muss ich jetzt einmal zurück Gehe ich jetzt den Weg zurück, den ich gegangen bin? Ich würde sagen, ja, ne? Also ich hasse es ja, ne? Ich muss das eigentlich einfach nur kurz diesen Nebel abwarten Aber Leute, ich sehe schon, wir sind schon wieder über der Zeit Ich warte hier einfach mal ein bisschen Nebel ab Okay Okay Maze Ja, ja, Flüssigkeitsaufnahme, danke Okay Leute, aber trotzdem, wir sind über der Zeit Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen Wie ich speichere hier mal ab Und Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen Würde mich auf eurem Welt zur nächsten Folge wieder mit dabei sein Bis dahin Adix, macht's erstmal gut und haut rein Ciao